Hallo meine Freunde, ich bin zurück in eine Heilstätte, Ort gebe ich nicht bekannt. Ich war schon mal vor ein paar Monaten hier drin gewesen, jetzt bin ich legal drin. Untertitelung des ZDF, 2020 Waschbecken einfach von dem Ende gedroschen, wie man nach zwei Monaten so kaputt geht. Selbst im Teller, die ganzen Kamerleitungen, alles weg, alles. Also ich bin offiziell hier drin, mit verandert. Ja, das ist raubig, so etwas zu sehen. Hört euch mitnehmen, hier in die Heilstätte. Ja, da könnt ihr mal sehen, was so nach der Zeit alles passiert. Manche Sachen sagt man, die waren richtig geil und alles zerstört. Ja, also bleibt dran und schaut zu. WDR 2020 Wir werden hier haulend mit arts in WDR 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020